servus meine lieben damen und herren ich bin's wieder euer scorpion blue live fast geht 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 was geht der ort geht nicht viel ab doch meine freunde heute erst mal wieder einen schönen ready einen ready to rumble ein schöner red bull und ich bin heute mal wieder gut drauf leute heute wieder ein geiler tag ich habe mir ein richtig schönes spiel gegönnt ein richtig schönes spiel verlass as part 1 richtig geile spiel mit einem controller mit einem controller für sage und schreibe 99 euro eigentlich kostet das ganze ding 160 euro aber der mediamarkt verkäufer hat mir gesagt hey kauf doch ein bundle spaßgeld warum mit nämlich mit ich habe ja zwar einen zweiten controller aber man kann ja nie wissen vielleicht geht er kaputt habe ich meinen dritten controller im lager hier mit dem schränkchen und läuft wie gesagt leute die das video gut finden daumen nach oben abonnieren glocker machen sind immer neuen videos am start und ich zeige euch jetzt mal die rechnung weil ich gesagt habe echt mehr gespart und das spiel ist einfach so mega geil mega geil also auf jeden fall 100 euro 99 euro was eigentlich kostet zusammen freunde eigentlich kostet die 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 geschichte hier 107 107 was habe ich bezahlt 147 euro kostet eigentlich eigentlich kann das mal weg decken freunde der sonne wegen man hat wie mein adress sieht man ist hier so 147 euro und ich habe nur 99 bezahlt ich habe nur 99 bezahlt ja besser geht es gar nicht freunde deswegen feiere ich das war ich habe 50 euro gewonnen oder 50 euro spart er gesagt von 25 gespart also küsse ich auch aufs nützchen schöner controller bekommt immer 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 im lager rein in meinem lager ich habe schon schwarzen am start ich habe einen schwarzen schon am start wo sind mein controller dieser der controller er sagt man schwarzen habe ich ja schon hier habe ich ja noch eines noch gar oder also kommt als ersatz rein beim schränkchen wenn einer kaputt geht das ist mein ersatz ich habe immer viele ersatze ersetze und zwar für playstation 3 habe ich zwei controller die playstation 4 habe ich einen controller das habe ich für die playstation 5 auch im controller und wie gesagt das spiel müsst ihr euch kaufen das ist so geil ich habe das spiel auf twitch mehr durchgespielt weil der teil zwei freunde hier ich habe ein teil zwei geholt durchgespielt richtig geil mörder geil und dann natürlich den teil 1 mehr auch geholt und sind die scheiße hier und zwar remaster ja diesen teil 1 sind ich jetzt hier auch habe ist ja derselbe ja aber nicht auf ps5 qualität und ich habe gestreamt und die leute die das nicht kennen leute ich habe den teil 2 gestreamt auf twitch ja also grüße gehen raus an die leute die es gesehen haben scorpion blut 12 wobei twitter und dann habe ich ein bisschen tränen gehabt weil das spiel war oder war einfach so geil zwei wochen durchgespielt die ganze story und dann auch einmal war das spiel zu ende da habe ich echt klein tränchen gab oder ich bin das kann jetzt soll ich dieses zeug ist auch die pc ps5 an aber man immer ein twitch ich zog das spiel auf jeden fall so geil und ja das war dann schon und ich freue mich wenn wir neue spiele am start sind kurz für mein bieger erzählt das liederspiel ist einfach mörderisch geile jetzt auf die ps5 qualität mit meinem schwarzen controller und der ersatz ersatz controller kommt auch hier beim schränkchen ich habe ja wie mediamarkt hier zu hause wenn irgendwas kaputt geht habe ich alles jams und hier so mein brüssel für alle leute hier für euch freundes geil ja wie gesagt danke fürs zusehen das war schon leute sonst die römischen thema wisst ihr wer ich bin ihr wisst ja wie ich bin ich bin so wie ich bin von da ist alles in ordnung ich wünsche euch was dann fürs zusehen gibt einen daumen nach oben die leute mit dem ich kenne abonnieren glocke anmachen kommt immer neues wieder am start ich liebe euch ihr seid die besten sind die herzen und dann sehen wir im neuen video weil irgendwann kommt doch wieder dieses neuer call of youtube raus weil sie auf jeden fall auch geile finden was du warte mal ich bin wieder so am quatschen da ich muss es sich um auf mal freunde wir wollen ja gucken wie es aussieht wie es eben drin aussieht ha 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 so bin ich freund den mein spaß nie mal nichts lecker hier ein zettelchen drin so sieht es aus freunde in diesem sinn ich liebe brustchen und man hat lütschen auf nüssen und freunde hoffentlich kommt bald leute die meine vga ist meine vga sammlung hoffentlich kommt meine vga sammlung da kriege ich hier drei augassen in meinem slip den muss dann erstmal wechseln ich bin so gespannt weil das video mit vga das wird jetzt im live live sein ich würde das ding dann wird das paket öffnen und vielleicht kommt in einem monat in zwei monaten ihr wisst selber bescheid was ist ein monat das ist ganz schnell um in ein zwei monaten da kommt mein vga kiste bekommen sechs neue vga ist raus die ich nicht weiß wie die bewertet sind freunde ich bin so gespann ich bin gespannt ja also bis auf und aus abonnieren glocker machen wir sehen uns im neuen video hau drei leute haut rein und nicht vergessen wir sehen uns im nächsten video wir sehen uns im nächsten video wir sehen uns im nächsten video